So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich wollte ich heute was ganz anderes aufnehmen, aber aus aktuellem Anlass habe ich gedacht, was ist da denn los? Das musst du raushauen. Für den Donnerstag verschiebt ein eigentliches Thema. Denn das wohl beste Raid-Feature in meinen Augen, für mich persönlich, kommt in Pokémon GO, wird wohl kommen mit einer der nächsten Versionen. Und darüber möchte ich heute ganz kurz mal reden, was das eigentlich bedeutet und euch natürlich fragen, ob ihr dieses Feature nutzen werdet, ob ihr davon bisher betroffen wart und dass euch das alles erleichtert. Und warum jetzt sowas kommt, wenn ja eigentlich solche Dinge gar nicht mehr so sein sollen. Das ist auf jeden Fall sehr verworren, aber erstmal müssen wir ein super geniales Thumbnail herstellen. Und da Dani der Dicke ja nicht mehr so Pokémon-mäßig unterwegs ist, der immer mit irgendwelchen Fake-Titeln und Fake-Thumbs und Fake-irgendwelchen-Kack irgendwas gemacht hat und alle anderen YouTuber, die Pokémon machen, immer aussehen wie Gummipuppen, möchten wir heute mal zeigen, wie sieht ein richtiges Thumbnail aus bei einem Pokémon-YouTuber. Ungefähr so. So, und das kannst du dann als Bild nehmen und alle denken, ach du Scheiße, eine Gummipuppe. So, da drücke ich jetzt mal drauf. So, jetzt können wir aber zum eigentlichen Thema kommen und zwar, das ist das Raid-Feature, was ich meine. Can invite friends to raid every 30 seconds on V265. Also, man kann wohl bald mit der 265er-Version, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind, 263, 64, 63 glaube ich noch, alle 30 Sekunden Freunde einladen in Raids, ohne dass man die Lobby verlassen muss und neu betreten muss. Also, das Relobbyen, ist das ein richtiges Wort? Man muss kein Relobby machen, das Relobbyen, das Relobbylieren erübrigt sich und fällt total weg. Für mich ist das ein richtig großer Sprung, richtig genial, denn wenn ich meinen täglichen Pass verbrate, gehe ich immer rein, lade 5 Leute ein, immer bei ca. 85 Sekunden Lobbyzeit verlasse ich die Lobby, werfe meinen Pass erneut wieder rein und lade dann nochmal 5 Leute ein. Vorher geht das ja gar nicht, weil der Einlade-Button wird ja dann grau, sobald du 5 Leute eingeladen hast. Und er wird auch nicht wieder aktiviert. Viele Leute sind deshalb immer davon ausgegangen, man kann nur 5 Leute einladen zu einem Raid. Wenn ich dann immer eine Liste gepostet habe, 10 Plätze frei, 10 Leute können eingeladen werden, haben die Leute auch schon immer gefragt, wie geht das denn? Mit 2 Accounts oder mit einem kann man doch gar nicht 10 einladen, man kann ja nur 5 einladen. Weil sie eben wussten, du lädst 5 ein, das Ding ist grau, mehr geht nicht. Bei Raids für Zuschauer haben wir aber immer gezeigt, wie wir es machen. Bei 85 raus, wieder rein, der Button ist wieder hell, du kannst wieder auf den Einlade-Button drücken, die nächsten 5 auswählen und so haben wir bei Raids für Zuschauer standardgemäß natürlich immer 10 Leute in eine Lobby gepackt. War wichtig bei manchen Raid-Bossen wie Megalatios, die halt sehr knüppelhart waren. Da habt ihr nicht mit 5, 6 Accounts das Ding geschafft, da war es schon gut, wenn ihr 10, 11 Leute wart. Jetzt war das natürlich immer nervig, denn manchmal hast du gewartet. Es waren 85 Sekunden, du bist instinktiv aus der Lobby raus, es ist aber noch gar keiner von den ersten 5 reingegangen und dadurch, dass du die Lobby verlassen hast, war die Lobby weg. Es muss einer reinkommen, der die Lobby hält, wenn du rausgehst. Dann kannst du neu rein, kannst die anderen rauspacken. Jetzt gibt es Leute, wenn du einlädst und verlässt die Lobby, sagen die, oh, der geht raus, dann gehe ich jetzt aber auch wieder raus. Die halten dann gar nicht die Lobby. Es gab bei Raids für Zuschauer auch schon Missverständnisse, weil die dann gesagt haben, hä, wir waren nur zu zweit, dann sind wir schnell wieder raus. Aber da konnte man gar nicht die anderen dazuholen, weil die das halt schon dann einfach gelassen haben. Durch das Relobbyen, was wegfällt, heißt das, ihr bleibt in derselben Lobby einfach drin und der Button wird nach 30 Sekunden, nachdem der grau wurde, wieder aktiviert und ihr könnt in derselben Lobby, ohne die zu verlassen, wieder einladen. Und nach weiteren 30 Sekunden könnt ihr wieder einladen. Das heißt, es können zwar weiterhin wohl nur 10 Fan Raider einer Lobby beiwohnen oder eingeladene reinkommen, aber wenn ihr 5 einladet und keiner kommt rein von den 5, ihr nochmal einladet 5 andere, dann kommt jemand rein, dann könnt ihr trotzdem nochmal 5 einladen, weil vielleicht sind es die 5 ersten nicht, aber die zweiten 5 und die dritten 5 die, die dann eben reinkommen und euch helfen. Das ist für mich ein riesengroßer Fortschritt, da ich bei den täglichen Raids theoretisch darauf angewiesen bin, Leute einzuladen und auch bei Raids für Zuschauer, der hat das immer so mit Lobby rein, Lobby raus, Lobby hin und her, gerade wenn man eine private Lobby gemacht hat, musste die verlassen, musste sich den Gruppencode merken, musste den beim Eintritt wieder eingeben, um da reinzukommen oder hat versucht, die Gruppe dann zu öffnen nachträglich, was auch manche nicht wissen, dass das geht, in die Gruppe reinzukommen, aber plötzlich ein anderer Lobby noch da war, die die gecrasht hat. Also das erübrigt sich alles. Du kannst einfach in eine private Lobby und kannst deine 10 Leute, die sich eingetragen haben, in eine Lobby reinwerfen und das alles so von Hand machen. Das wird für euch vielleicht, wenn ihr sowieso mit 20 Mann an der Arena steht und einfach alle reingeht, ohne jemanden einzuladen, keinen Unterschied machen. Für mich und ich denke mal trotzdem auch für viele andere wird das ein Riesenunterschied sein, gerade auch mit diesem rein, raus, weg und überhaupt. Hier gibt es auch ein kleines Video dazu beim Boditempel. Ich kann da ja mal kurz draufdrücken, das mal so abspielen lassen. Hier sieht man also, dass der Herr hier den Pass in die Lobby reinwirft. Dann geht er auf den Einladebutton, wählt schnell 5 Leute aus, merkt dann, verdammte Axt, ich habe da aber nur 4 ausgewählt, ich muss noch einen auswählen. So, ab diesem Punkt müsste man jetzt also 30 Sekunden warten, wir sind bei 105 Sekunden, das heißt bei 25, 80, bei 75. Ich habe keinen, ab wann zählt das denn? Ab wann der erste eingeladen wurde oder ab wann der letzte eingeladen wurde? Dann müsste der Button, also gleich der jetzt gekraut ist, gleich wieder aktiviert werden, sodass ihr genau nochmal draufgehen könnt. Mach jetzt hin, Junge! Ja, wir sind bei 75 Sekunden, 105 bis 75 runter, genau das passt, das sind 30 Sekunden, er kann direkt wieder drauf und kann die nächsten 5 einladen, das spart euch wertvolle Sekunden, das spart euch Zeit, das hält eine private Lobby, ihr müsst euch keinen Gruppencode mehr merken, gar nichts, wenn ihr verschiedene Leute einladen wollt. Für mich ist das eines der besten Raid-Features, was überhaupt möglich ist und sein kann. Verstehen tue ich jetzt aber nicht, dass das ja was ist, was sich wirklich nur auf die Fan-Raids auswirkt, weil Leute vor Ort zusammen zum Raiden brauchen das ja gar nicht, aber Leute, die andere Leute einladen, damit das Fan-Raiden unterstützen und Fan-Raid-Pässe verkauft werden, da findet das jetzt Anklang. Jetzt wieder wird der Button gedings, kann eingeladen werden, theoretisch also bis zu 3 Mal, aber wurde vor kurzem nicht noch gesagt, dass Niantic die Fan-Raids ändern möchte, dass es vielleicht eine Begrenzung gibt, Leute haben gesagt, dass man nur noch 6 Fan-Raids pro Tag machen kann und dass irgendeine Zahl, aber das könnte auch nur ein Beispiel sein, vielleicht sind es auch 100, vielleicht kommt das auch gar nicht, irgendwas wird sich auf jeden Fall ändern, und jetzt machen sie das. Gefühlt dadurch erleichtern sie das Fan-Raiden, gleichzeitig wollen sie aber nicht, dass ihr Fan-Raidet. Das muss keiner verstehen, das ist einfach egal, das war es von meiner Seite aus. Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr von diesem Feature? Nutzt ihr das mit dem Einladen? Ist das eine Erleichterung für euch oder geht euch das komplett am Arsch vorbei, weil ihr damit einfach gar nichts zu tun habt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.